Seit Jahren erforschen Wissenschaftler, wie sich der Klimawandel auf die Ozeane auswirkt. Korallenriffe beispielsweise leiden stark darunter, dass die Ozeane immer wärmer und saurer werden. Um diese Veränderungen zu verstehen, müssen wir die Riffe genau beobachten. Dazu gibt es nun eine neue, sehr effektive Methode. Die meisten Riff-Untersuchungen werden von einzelnen tauchenden Forschern unter Wasser durchgeführt und sind daher sehr abhängig von den Fähigkeiten dieses Tauchers. Je mehr Erfahrung er hat, desto besser die Untersuchung. Meistens liefern sie aber nur Stichproben. Sie betrachten einen sehr kleinen Teil des Riffs entlang einer 50 oder 100 Meter langen Linie. Eine Gruppe von Wissenschaftlern vom Bremer Max-Planck-Institut hat eine neue Methode entwickelt, um Riffe zu überwachen. Sie nutzen dazu sogenannte Hyperspektralbilder. Hyperspektralbilder sind Bilder eines Gegenstandes mit einer höheren Auflösung der Wellenlänge als normale Kameras sie liefern. Eine normale Kamera umfasst drei Wellenlängen. Rot, Grün und Blau. Sie bildet ab, was das menschliche Auge sieht. Ein Hyperspektralbild umfasst hunderte Wellenlänge im sichtbaren Bereich und liefert so eine viel größere spektrale Auflösung für das Bild. Das Gerät, mit dem das Riff kartiert und untersucht wird, heißt Hyperdiver. Es besteht nicht nur aus der Hyperspektralkamera, sondern misst auch das Lichtfeld, die Temperatur und den pH-Wert des Wassers. Zusätzlich filmt der Hyperdiver das Riff mit einer HD-Kamera. Wenn alles aufgebaut ist, begibt sich der Taucher ins Wasser, mit dem Hyperdiver in der Hand und einer Kamera auf seinem Kopf. So erstellt er zwei verschiedene Datensätze von derselben Fläche. Hyperspektralbilder und einen Videofilm. Diese Informationen werden anschließend zusammengeführt. Wir betrachten einen großen Teil des Riffs und jedes Objekt, das wir sehen, reflektiert das Licht in einer charakteristischen Art. Jedes Objekt ist einzigartig. Und weil es einzigartig ist, können wir diesem Objekt, zum Beispiel einem Lebewesen oder einem Stück Meeresboden, eine typische spektrale Signatur zuordnen. Wir haben ein Programm entwickelt, das erkennt, welche spektrale Signatur zu welchem Organismus gehört. Ich sitze dann am Computer vor mir zwei Bildschirme, einer mit dem Hyperspektralbild und einer mit dem Video. Und diese beiden kombiniere ich dann. Wir nutzen diese Technik, um den Algorithmus zu schulen. Je mehr Daten wir ihm füttern, desto schlauer wird er. Je öfter ich also eine bestimmte Koralle, zum Beispiel der Gattung Porites, identifiziere, umso besser kann er diese Koralle später erkennen. Betrachten wir die Artenvielfalt, so ist der Unterschied zwischen den Daten aus dem Hyperdiver und den Daten aus einer herkömmlichen Untersuchung riesig. Unsere Methode ist nicht nur schneller, sondern wir erstellen auch eine Karte der Diversität. Und diese Sichtbarmachung ist wichtig, denn was wir sehen, das glauben wir. Man kann Veränderungen in einem Untersuchungsgebiet genau verfolgen. Was sind die räumlichen Muster in einem bestimmten Ökosystem? Wachsen die Korallen neben Algen und warum? Welche Fläche bedeckt eine Art? Wohnt sie immer mit einer anderen Art zusammen? Mit unserer Datenbank aus Karten können diese Fragen dann automatisiert beantwortet werden. Der Hyperdiver kann also Riffe schnell und effizient begutachten. Außerdem entkoppelt er die Erhebung der Daten von deren Auswertung. Jeder Taucher kann das Gerät bedienen. Das ermöglicht eine viel schnellere Vermessung von Riffen als bisher. Die gesammelten Informationen zur Artenvielfalt können anschließend in die selbstlernende Software geladen und automatisch analysiert werden. Es besteht kein Zweifel, dass die zunehmende Versauerung der Meere die Korallenriffe schädigt. Mit Hilfe des Hyperdivers und der dazugehörigen Software können wir diese Veränderungen besser verstehen und so die Riffe besser schützen.